Galagos, auch bekannt als die Nagetiere des Nachthimmels, sind faszinierende Tiere. Sie sind schnelle Läufer und können mit bis zu 15 Meter pro Sekunde aus dem Stand bis zu 2 Meter hoch springen. Diese Meister des Überlebens sind bekannt für ihre großen Augen, die ihnen ermöglichen, in der Dunkelheit zu sehen. Aber die ihnen auch den Spitznamen Bushbaby geben. Galagos sind nachtaktiv und verbringen den Tag schlafend in Baumhöhlen oder Baumnestern. Ihre bemerkenswerte Fähigkeit zu klettern und zu springen macht sie zum Meistern des Dschungels. Diese Tiere haben auch einen einzigartigen Ruf, der über weite Entfernungen gehört werden kann.